hallo und herzlich kommt zu einem und jetzt blieb noch dieses Jahr um beginnen wir damit ihr seht schon es ist Porto er erfreit sich erst die Tefers leise das Porto ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt um ich bin bestanden gleich mal und fast gesagt zu sagen ja es ist es gibt ja auch ein kleines Kindchen Fächer damit man das Spiel Kostler bekommen kann und schon mal gemacht also auch schon mal gemacht und das ist Geld was ist das Musik da könnte es einfach noch fehlen vor allem lassen das Radio das kann auch nicht ich weiß wo es geht Moment ich glaube das Sound ist viel zu laut immer noch ein kleines Kindchen und die Relaxation Vault es ist ein guter ein kleines Ihr SpeCimen hat es getrunken und wir haben jetzt bereit zu beginnen den Test ohne bevor wir starten aber immer dass dass auch Spaß und aufs die principale die allen center aktivität sehr es kann passieren Für eure eigene Sicherheit und die Sicherheit der anderen, bitte refrain von... ...de... 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 Ja, und da sind wir jetzt. Und man sieht, wir sind eine Frau, ja. Und ich denke, jeder kennt Portal, jeder weiß wie das Spiel funktioniert. Und... Ja. Wo ist das? Dings liegen. Garten sitzt da drauf. Oh. Schau. 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 Man muss dem Ne Depending sich umschleichbar durchlaufen sein. Aus dem Aperture Science weighted storage Cube. Bitte um welcher der Weights Estimation dr игрale auf dem 1500 Megawatt Aperture Science Heavy Duty Supercollidings Superbutton. jetzt sind wir hier das ist auch nichts genau das ist noch ein vielleicht schaffen sie es noch raus nein das war ein richtiger Feld jetzt kann ich warten bis da ein Dings wird das ist da will ich hin Perfekt please move quickly to the chamberlock as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test da hin ja muss ich und da ist offen wir haben das zweite Level geschafft ein Fahrstuhl 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 Musik ok das versichert und dann mangeladen you're doing very well please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol but is an unintended side effect of the aperture science material emancipation grill which may in semi rare cases emancipate dental fillings crowns tooth enamel and teeth ja dann müssen wir mal ein bisschen aufpassen ja ja das sieht wir werden ja ständig geoperatet ok hier geht's nicht durch ja sehr gut ok ok das ist wichtig so das ist das ist und das ist ich will einfach mal ein portal machen bitte rief mal ein portal machen bitte rief mal ein portal ja 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 und ja 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 Und das anfangs hier ist wirklich einfach Kino-Kram. Und das denn hier unten. Den nehmen wir gleich mal mit. Hallo? Achso. So. Und dann müssen wir noch. Gut. Dann ein Portal machen. Aber zuerst auch hier. Dann. Und dann. Und das nächste Rest ist nicht gelöst, weil es ja so schwer ist. Aber später. As part of a required test protocol. Our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol. We will stop enhancing the truth in three. Two. Okay. Dann müssen wir wohl hier hin. Jo. Fahre ziehen. und noch mal werden die dann geladen. Oh kurz schauen wir das haben. Okay das hier mit diesen Teilern. Gibt's ein bisschen. Denkst du richtig blöd. Was Safety is one of many Enrichment Center goals. Unbelievable. You, Sergeant Name here, must be the pride of Sergeant von Town here. Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high-energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Good. Now use the Aperture Science on stationary scaffold to reach the chamber lock. Okay, then we're just going to... Then we're going to try to lock it. And then we're going to be serious. No. Hold on... ...nononone, chill, 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 chill. And, come on. Come on. Juh. That's about the 7th level. Juh. Und die hatten wir an Ernaut Lahn und wir sind in England. Achso. Please note that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing report, followed by death. Good luck. Ja. Ich weiß nicht. Achso. Klamour aus. Moment. Ja. Das war nicht ganz so klug. Also erstens. Ne, Moment. Das will eigentlich gar nicht. Wir müssen ja hier. Ähm. Stimmt das so? Ja. Ja. Ne, ich weiß nicht. Das müssen wir nicht rein. Hm, dann müssen wir nicht rein. Hm, dann müssen wir nicht rein. Unendlich massiv. Was ist das für eine Grütze? Sieht irgendwie nach... Au. Oder nach Farbe. So eine feste... Äh. Dings halt. Very impressive. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. Alles klar. Das sagen sie alle. Ja, die guten alten Lade-Sequenzen. Was ist denn ein Raum neu? The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt to solve it. Hm, also ne, hier kommen wir gar nicht durch, weil das jetzt verschwindet. Also müssen wir als erstes den mal hier machen. Und dann müssen wir in ein Portal machen. Und dann müssen wir hier durch. Und dann haben wir es geschafft. FANTASTIC! You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme Pessimism. Yay! Wir sind nicht gut. Kann man halt von den Farschbauverdrückt werden, wenn man genug fährt? Und ich kann rennen, ich kann krischen. Krischen? So, was gibt es ein weiteres zu diesem Spiel zu sagen? Okay, ich habe jetzt kein Wort verstanden, aber okay. Ich werde etwas an der Grund haben. Okay, Moment, jetzt muss ich Feuer. Oh, komm mal jetzt. Ne, ich will. Oh, heh. Jetzt muss ich überhaupt nicht mehr fail. Okay, hier ist er rum, ein Portal. Und du bist ein Portal. Und dann kannst du sozusagen als Karte Pult benutzen und... Spektakulär. You appear to understand how a Portal affects forward momentum or to be more precise how it does not. Ja. Und dann sitzt es ein Portal. Und dann sitzt es in unser Portal etwa. Da hin. Und dann können wir ja eine Runde spinnen und... Momentum. A Function of Mass and Velocity is conserved between Portals. In layman's terms. Speedy thing goes in, speedy thing comes out. Hm. Ja. Und der sagt... Ich lieb's. Also der sagt, lieb ich doch einfach. Ich meine, wer Portal noch nicht gespielt hat, der kauft sich was, die. Das kostet jetzt. Und dann ist die Aktion, glaube ich, noch 2 Euro oder so. Oh. 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 Ehm. Und dann müssen wir was jetzt machen? Doch. Moment. Ne, Moment. Das muss... Üh. Ach wie aufsteht was ist... Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, äh, das war Fail. Können wir vielleicht schon nicht mehr was machen. Ah, ja, da kommt schon der erste E-A-B. Oh, hm, das erste, äh, nachdenken. Oh, das ist doch viel hier. Moment. Oh, die ist schon davon. Fast und gleich. Ich verstehe doch theoretisch. Ey. Ach, Alter. Oh, ja. Moment mal. Ne, Moment mal. Genau, jetzt kann ich... Ja. Genau. Und? Puh. Haha. 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 Ja, genau. Jetzt hab's geschafft. Oh, läuft so gut. Und gleich haben wir die nächste Poggle gegangen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, genau. Jetzt hab's geschafft. Oh, läuft so gut. Und gleich haben wir die nächste Poggle gegangen. Oh, ja. Sehr schön. Oh, ja. Sehr schön. Interesting to remember. The device has been modified so that it can now manufacture two linked portals at once. As part of an optional test protocol, we are pleased to present an amusing fact. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in... Subject phone come here. ... ... ... ... Ja, ja. Geht's auch ein bisschen schneller hier. Und hier können wir jetzt... ... ... ... Ne ne ne. Das war jetzt eigene Dummheit. Das war's. Ja, das ist ein Pferdfeil. Jetzt ist es ein Pferdfeil. Ähm, okay, ich glaube das ist ein Pferdfeil. Ähm, ein Pferdfeil. Das bedeutet, das Ende ist der Pferdfeil. Ich bedanke mich für die Pferdfeil. Wir gehen jetzt durch. Und bis zum nächsten Mal. Tschuh, Leute.